Zehn Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn ihr Sohn in der Pubertät ist. Also, ich komm dann in drei Jahren wieder. Womit fangen wir an? Koks, Crack oder Heroin? Du bist so ein Scheißspießer! Du kannst mich mal am Arsch lecken! Ich komm raus, wenn ich will! Das ist die Chantal und bei der hab ich's auch schon gelernt. Ein Piercing? Ne, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du, ich hab deine Hausaufgaben gemacht und dein Zimmer aufgeräumt und ich wollte fragen, ob ich nochmal kurz raus darf. Tommy? Halber, halber! Woo, Party! Woo! Das ist richtig geil! Fällt er in den Sumpf, dann macht der Reiter... Plumps! Ne, kleinen Moment. Ah, tut mir leid, Andrea. Der Tommy onaniert gerade. Kann ich was ausrichten? Dein juez. ... Ver Untertitelung des ZDF für funk, 2017